Bitter auf geht's? Ach klar, Dave Paperboy. Diesmal wird Robben gesteppt. Robben! Robben! Ja, lass fallen. Bitter! Bitter! Ja, und gleich! So ist das. Das erste Foul ist. Ja! Ja, da gibt's keine Korte. Kannst du mal den Körperkontakt? Ja. Ja. Ja, so kannst du's machen. Tjorke, Alter. Nein. Beide an den Topf um. Nein. Auf allem, wie der Messi gesippt hat, Alter. Ja. Du musst es sein. Ja. Juhu. DPD! Jetzt hab ich geahnt. Ja, ja, bleib trotzdem stehen. Alter! Nein! Hä? Hä? Läuft! Oh, du bist wieder einmal. Ja, klar, kein Wunder, wir sind ja nicht derer." Wann ist er hier nicht so weit? Was ist das Ganze, ich glaube, das ist das Ganze. Hier ist das Ganze. Hör mal in die Ecke. Wann ist das Ganze? ist ja rarke schlägt sich oder? öff passen, schwalben, king da war der Robbenbuch da hab ich zu spät gemacht voll ebel ist krass ne nein oh what the fuck vom Vidal der Schwager oder so was wurde erschossen ne naja, ich hab's heute freigelesen bei manchen steht der Schwager also Freund der Schwester und bei manchen steht der Ex-Schwager oder keine Ohne man man Robben Robben ah was ist denn hier los ey schmelzer ja das kann für Dortmund wirklich gut werden weil Bayern hat gerade so eine wache Phase ja ich hab gehofft dass Alaba ausfällt ja legplay dabei aber wenn der nie ausfällt ja nein verschenkt ne aus der Chance wird's doch nichts jetzt ist der Gegner Ball Robbener Ball da passt er auf Kinder heute muss er nicht springen ja ja juhu Mann oh es gibt's nicht hier Lewan Gilski Reus juhu juhu Oberme Reus juhu Oberme Reus what the hell juhu 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 Reus Mensch ich komm hier nicht klar was von dem ja ja macht es einfach nicht Ja 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 auch machen das machst du das drehst du ebenso ja alle immer wieder schlechten Ball annehmen das könnte es mir echt was Dünn ist nein nein das typische ich kann nicht dafür abstrauber du musst das wie warum ja warum kommt die bei dir immer so blöde ja das verstehe ich auch nicht oah da verlieren sie den Ball da wäre mehr drin gewesen und lag ja und jetzt hat Momentum eingeschalten jetzt ist Momentum in der Haus ja kommt Joko ja wie du ja wieder er schießt einfach nicht er schießt einfach nicht er schießt einfach nicht jo ja alles jawoll und und das hab's geahnt jo also mein Tipp ist ja es geht in der smelter schießen ja ja und das hat wir hier Lorben und Alonso haben wir da Heichels an und fliegen auf die Fresse ja genau ja genau ja ja nein dort wollte ich doch gar nicht hin ja jetzt kommt bei mir nichts mehr an na komisch Momentum ja 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 Ja, wie immer. Der war das Gigant, der ne. Wie perfekt? Wie bitte ein Schienbein. Ja, aber vorbei. Komm. Ja, genau. Ich hab kurz angetippt, Alter. Oh. Der ab, wie er abgesprungen ist. Jo, Müller. Müller hat was jetzt Beine irgendwie blöde geschlänzt, ey. Meine Fresse. Was willst du jetzt sagen? Wie, was meinst du mit, wie er springt? Der, wie der abgesprungen ist. Ich weiß nicht, wer es war. Ich würde sagen, es war Robben. Ja, Tom. Oh, ja. Lecke mir, Arscherblanker. Jo, Michael. Alter. Ja, das war bald. Ja. Nach dem Span im Arscher. Moment, der ist wieder drin. Mann, der hat drauf wieder gelegt. Ja. Dort. Dort. Eindeutig Moment im Arscher. Ja. Da geht's. Ja. Das ist nicht. Ja. Ja. Da geht's. Ja. 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 Und das war's mit dem Angriff, fäng den Ball ab. Jo Weigl, du musst ja nichts machen. Drei solche roten Russen, ey. Jo. Mensch, das geht jetzt nicht hier. Ey. Ach, hält's nicht mehr drauf. Nee! Ja, komm. Ja. Ja, komm. Als würde Bürki so'n Rotz machen, ey. Hm. Jo. Gibt's doch nicht. Am Anfang, da, da hast du mich ja nass gespielt. Ja, oh Gott. Ja, am Anfang, da, hab ich Spittel dominiert. Roll aus! Ja! Ja, boah, denk das Wort lang. Noe lieberналja gleich. BCERAN! Boah, denk dat we de Doa charakter in het Netz. Rufen alle. Ich hätt'n rückgegeben, ich weiss nicht warum aber... Hey! Mann ey, ich verliere ich wieder, das geht nur auf den Sack ey. Warum nur so'n Scheiß wie Lewandowski? Ach ja, und wegen Abstabdor. Das war mein Erster. Ohhhh. Aber ab Lewandowski. Oh, wie der Hut satt. Ohhhh. Hat das wieder versucht, die Ratte. Alter! Was?! Ja komm, und perfekt, komm Müller, hauen! Nein, ja! Boah! Tritt doch einfach nach, Uppe, Alter!